Heute habe ich ein Kartenspiel für Fotografen. Das könnt ihr selber spielen. Alleine. Und wie und was und warum, wie immer, nach dem Intro. Bonjour, salut und herzlich willkommen. Ich bin ziemlich verstrubbelt, glaube ich. Vielleicht auch wieder mal mit einer Schweißperle auf der Stirn. Das ist sehr warm. Ich sitze zwar im Schatten, aber nun ja, es ist warm. Ich bin im Urlaub auf der Ile d'Orléron und ich habe mir vorgenommen, einige Videos zu machen. Und eines dieser Videos, da geht es um diese Karten. Ich gehe da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Das ist von Kilian Kunz und das Ganze nennt sich See the Bigger Picture Inspirations- und Aufgabenkarten. Nun, jetzt wird sich der ein oder andere denken, was soll ich damit? Ja, ich kann fotografieren und ich brauche keine Inspiration. Ich habe meinen Weg gefunden. Ja, das stimmt. Das hat jeder irgendwo oder keiner würde zugeben, dass er vielleicht mal so rein von der Inspiration her vielleicht in einem Loch sitzt. Und dafür ist das, glaube ich, sehr interessant. Es gibt übrigens noch eine zweite Version, vielleicht auch mittlerweile eine dritte. Das weiß ich nicht, habe nicht nachgesehen. Aber eine zweite Version gibt es noch für Street-Fotografie, für Leute, die da vielleicht mal so ein bisschen Ideen suchen, was sie denn machen könnten. Das hier ist, wie gesagt, so allgemein. Und das will ich euch mal heute vorstellen. So, ich erkläre euch mal schnell, was ihr geliefert bekommt. Natürlich eine Anleitung, ist klar. Dann eine Bild-Ausschnitt-Maske. Darauf gehe ich später noch mal ein, weil da hätte ich einen Alternativvorschlag für euch, der wirklich wichtig ist für Leute, die Bilder an die Wand hängen wollen. Dann eine kleine Erklärung, Blende, Belichtungszeit, Schärfentiefe. Das kann für den einen oder anderen ganz wichtig sein. Ansonsten würde ich euch empfehlen, wirklich dieses Thema mal wirklich zu lernen. Wer das einmal im Kopf hat und verstanden hat, der braucht das nie wieder ansehen. Der weiß Bescheid. Ja, und das Wichtige, das sind dann eben die zehn Wissenskarten und die zehn, nein, 40 Aufgabenkarten. Ihr seht ja auch, der Stapel ist deutlich dicker. Die mischt man und dann zieht man eben eine beliebige Karte daraus. Die Wissenskarten, das sind im Grunde so Dinge wie Goldener Schnitt und Drittelregel, meine Güte. Jetzt mal ein kleines Beispiel, damit ihr versteht, was man hier mit anstellen kann. Ihr zieht euch also eine Wissenskarte und da nehme ich jetzt mal einfach die erste Karte, die jetzt hier oben drauf liegt, der Goldene Schnitt. Das ist ein Klassiker in der Bildgestaltung. Es ist erklärt, was der Goldene Schnitt ist und dass der Goldene Schnitt wirklich, wenn man so ein Bild sieht, das Gefühl hat, dass es harmonisch ist. Das ist also die Wissenskarte, also praktisch ein Teil der Aufgabe, die ihr dann mit Hilfe der zweiten Karte eben angehen könnt. Und da wäre zum Beispiel gegen das Licht fotografieren. Also gegen das Licht und das Motiv soll im goldenen Schnitt sein. Und jetzt geht ihr raus und macht genau solche Aufnahmen. Und gegen das Licht fotografieren, ja, das kann natürlich oft nur am Abend passieren, in der wirklichen tiefen Sonne. Manchmal auch am Mittag. Das funktioniert. Also zum Beispiel eine, die Sonne hinter einer Straßenlaterne, aber dann eben mit dem goldenen Schnitt. Und so hat man eben ganz viele Möglichkeiten. Silhouette, das ist eine Aufgabe. Alltäglich ist unwirklich. Da hat er ein Bild einer Waschmaschinentrommel fotografiert. Also da braucht man eigentlich einen super Weitwinkel für. Ist ein bisschen schwierig, aber das sind ja nur Beispielbilder, die verdeutlichen sollen, was eben dann gemacht werden könnte. Ja, und dann legt ihr los. Ja, wenn ihr dann mit den Bildern nach Hause kommt, würde ich euch empfehlen, das wirklich beste Bild oder die fünf besten Bilder euch aus dieser ganzen Serie, die ihr macht, rauszusuchen. Vielleicht geht ihr aber auch nur los und macht ganz wenige Bilder, die genau zu dieser Aufgabe passen. Und die werden natürlich dann bearbeitet. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ob ihr die Bilder vorhabt, irgendwie auf Fotopapier zu bringen. Und hier ist mein Tipp, was diese Bildausschnittsmaske angeht. Der Sensor hat ein anderes Format wie die Fotoformate. Und wenn ihr die entsprechend umrechnet, dann werdet ihr feststellen, ich glaube 13 zu 18, das ist glaube ich 7 zu 5 oder so. Diese Formate, wenn man darauf etwas ausdrucken will, bzw. ausbelichten, dann muss man die Bilder jeweils beschneiden. Und das kann eben schon bei der Aufnahme wichtig sein, dass man weiß, rechts oder links muss was abgeschnitten werden. Oder ihr arbeitet mit 16 zu 9, weil ihr dann die Bilder in ein Video packen wollt, so wie ich das öfters mache. Hier ist es auch wieder wichtig, ihr müsst eben daran denken. Oben und unten kommt etwas weg. Und das bedeutet manchmal, dass man von einem Motiv weiter weg muss, damit wirklich alles drauf ist. Damit man in der Nachbearbeitung nicht das Problem hat, was schneide ich denn ab. Und deswegen kann es hilfreich sein, sich auf dem Monitor Markierungen zu machen. Der ein oder andere Kamerahersteller hat auch entsprechende Linien als Gitter im Kameramenü eingestellt. Die kann man anschalten und dann hat man zum Beispiel die Drittelregel ziemlich einfach parat. Wer dann weiß, etwa wie der goldene Schnitt ist, der kann sich das auch überlegen und kann entsprechend dem goldenen Schnitt auch anhand der Drittelregel arbeiten. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, und eben der Beschnitt, an den sollte man denken, wenn man eben auf Fotopapier arbeitet oder generell ein bisschen weiter weg gehen. Wenn ihr vorhabt, die Bilder eh nicht so groß zu machen, dann ist das Abschneiden auch bei wenigen Megapixeln überhaupt kein Problem. Die Qualität ist gut genug. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Schreibt was in die Kommentare. Daumen hoch, würde mich freuen. Ja, und wer es schon hat oder kaufen wird, der darf das auch gerne reinschreiben. Das ist keine Werbung. Also ich kriege kein Geld dafür. Ich habe mir das auch selber gekauft. Nur, dass ihr es wisst, rein um der Transparenz wegen, möchte ich das nochmal erwähnt haben. Bis bald. Au revoir. Ich bin ja noch in Frankreich und das Video kommt dann, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ich bin ja noch in Frankreich. Vielen Dank.